recht herzlich willkommen zur 146 folge vom kerbe space programm ja wir sind gelandet wir müssen jetzt aussteigen und dann noch ein bisschen science machen irgendwo ist hier die leiter da ist sie dann wird er da gleich rauskommen und zwar wer war das jetzt hier engineer scientist also er muss raus da ist er auch wir müssen einmal das hier machen take data und dann log pressure data keep experiment und take data so das haben wir dann den hier collect data remove data so jetzt aber wir haben ja einen zeit ist und der kann das sondern dann noch mal das ganze dann gibt data und collect data und dann remove dann kann man auch noch restoren so dann haben wir hier das thermometer take data und log temperature und take data und dann war es das damit das war der fallschirm so dann haben wir noch den collect data haben wir und restore und observe nochmal so ok dann collecten wir das das haben wir gemacht dann und restore so das müsste es gewesen sein oder den haben wir 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 dann müssen wir jetzt runter äh jetzt müssen wir glaube ich erst das an machen äh war das nicht her dann rucksack ich war davon überzeugt dass ich eher drücken muss damit der rucksack angeht und wenn ich jetzt runter gehe tex service sample machte das von da oben Okay. Taxi Semper. ApoReport. View. ApoReport. Taxi Semper. Wir haben alles gemacht. Wir brauchen jetzt nur noch die Flash-Semper. pflanzen hier mehr geht das mit dem rucksack nicht aus dem kopf jetzt geht da komischerweise alles interessant interessant wird dann musste er los lassen damit es erst geht oder wird und dann kommen wir auch die flagge setzen aber dafür würde ich mal sagen kamera bewegen wir jetzt gerade gehen wir mal ein paar schritte zurück wo der wichtig über kohle und flagge setzen so zeit nehmen wenn muss ist mama deutsch erst lange erst fertig okay da kann man nix sehen kann man so von anderen seiten aber ist jetzt auch gut so und der kohle lang ok so jetzt müssen wir nur gucken dass er besser da läuft und jetzt können wir wieder das top problem da hoch doch soviel doch soviel Hm, jetzt ist er auf die Nase gefallen. Komm, kleiner Mann, steh wieder auf. Also das war jetzt nicht so der Bringer. Bob macht das schon. Jetzt müssen wir nur wieder hochkommen, ne? Wo ist denn die Rakete da? Kleiner Spaziergang und dann schon gleich wieder durch die Gegend geflogen, ne? Okay. Wo war der Eingang? Da oben, ne? So, jetzt auf ein neues. Boah, das ist aber schäbig da hoch, ne? Grab. Und Board, so drinne. Habe ich jetzt was removed? War das jetzt voll doof oder was? Okay. Ja, eingestiegen sind wir. Er hat die Daten. Aber warte mal, irgendwo kann ich auch, kann ich hier rechts klicken und dann store, gucken, welche Stored Data wir da haben. Ich weiß es nicht. Review Stored Data, da. So, das ist Study. So, das muss ich vielleicht besser scannen, weil Space over High over Minmos. Ich glaube, es müsste passend sein, ne? Wir haben ja 1, 2, 3, 4 Instrumente. Viermal von hier, viermal da oben. Ja. Ja. So, Temporature Scan from Minmos, Lesser Flats. Viermal von Minmos, Lesser Flats. Ja, super, oder? Ja. Obwohl, da sind ja ein paar Reports mehr, die... Machen wir mal mit dem einen. Erstmal mit Pressure. High over Minmos. Bei Pressure Scan, weil Space near Minmos, das ist unter die 20.000. Und mehr Space Scan from Minmos, das ist das dritte. Passed. Zweimal hatten wir gerade Mystery Go. So, haben wir den nur zweimal da. In Space near Minmos und from Minmos. Da haben wir über der Higher haben wir nicht. Also, müssen wir da auch nochmal haben. So. Temperatur haben wir von hier. High over. Was ist die dritte Temperatur? Ein Space near. High near und hier. Das passt mit der Temperatur. Der Gu ist mir einmal flöten gegangen. Das ist der... Oben der... Das ist von der Herde. Das ist die Probe. Ja, okay. Dann fehlt uns das da natürlich. Keep Experiment. Wollen wir alle behalten. So, und was ist hier mit Crew Report noch? Crew Report von Minmos, Lesser Flats. Habe ich das jetzt gemacht von hier oder nicht? Aber wir nehmen das einfach mit und das ist gut. Ja. Ich glaube, das war's dann, oder? Wir haben die Flagge gepflanzt noch. Das hat auch noch... Bringt auch noch Punkte. Das ist auch cool. Ähm. So, das Wörter bedeuten... Soweit ist das alles gut. Ich glaube, hier sind die Klappen auf, ne? Oder ist das jetzt so? Ne, hat er restored. Soweit. Ich denke, haben wir erst alles. Würde ich auch sagen, lassen wir jetzt erstmal so. Und... Der Dralo wird mir noch was dazu sagen. Bestimmt. Oder Mordrak. Und dann schauen wir mal, ob wir... Da so weit hinkommen dann, ne? Das ist ja jetzt... Erstmal... Unser Ding... Ich glaube, ich hab das mit der Science so richtig gemacht. Aber ich warte's lieber ab. Wir haben auch die Zeit relativ gut. Machen wir den Start und den Orbit dann nächste Runde. Da dürfen wir dann den Gru nicht vergessen. Und den Junior hier. Dass wir den High Over machen müssen oder so. Alles klar. Dann sag ich aber erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.